Hallo Leute, willkommen in einem neuen Video Scheiße 95 Düsseldorf gegen Fortuna Kallen Jetzt machen wir ein bisschen drauf Hallo Leute Schönen Schönen Auf geht's! Komm wir haben ihn! Komm Fortuna! Komm Fortuna! Komm Fortuna! Ja! Stopp! Fortuna Köln! Fortuna Köln! Fortuna Köln! Fortuna Köln! Fortuna Köln. Mach doch jetzt Scheiße rein! Bravo! Ja! Echtmal! Bravon! Waho! Go to love! Go to love! Geil, 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 geil. Halbzeit 9 zu 0. Yalla malach, malach, malach. Malach, schwitzi. Ja, hey, Fortuna, ey. Hey! Ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Und jetzt! Mann! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Fortuna! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Mann! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Jürgen! Auf geht's, Jürgen! Endstand, 0 für 0 für unsere Fortuna. Na ja, schade. Nee, das ist aber nicht der... Das ist nicht der Block Fortuna, ich glaube. Selbstverständlich! Es sieht ja voll aus, was fragt! Applaus Fortuna Köln Kommt gut heim Jungs Kommt gut heim Felix, gut gemacht Sehr gut Bitte Kommt noch einer Schwarz auf Fortuna 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 We love Fortuna, we love you! We love Fortuna, we love you! Fortuna, we love you! Ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Trotz nur, dass ihr eine gute Auswärtsfahrt. Gebt einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Der wahre Fortuna-Platz, Fortuna Köln. Hast du euch das Video schon mal gemerkt?